Sgt, ich glaube, wir sind verloren. Ich weiß den Weg. Hill 193 ist das Weg. Hill 2 ... Hast du die Schüsse gehört? Das war eine Tommy Gun. Woher bist du ein bisschen mit sich eine Tommy Gun anhört, Freda? Fang mal ein bisschen besser auf alles aufzupassen, ja? Wir sind jetzt im richtigen Krieg, mein Freund. Auf und auf. Ist das jetzt richtig gefährlich? Was ist denn da hinter dem Hügel? So, there's two things in life. You're gonna feel pain as you grow up. You're gonna panic. You're gonna hate the world. You're gonna wanna give it all up. Und das ist gonna continue for the rest of your life. was the second thing you said you can handle it all of it